Mahlzeit und Servus auf meinem kleinen Lester-Kanal über Filme, Serien und Streaming. Heute möchte ich über The Orwell sprechen und zwar vor allem, warum The Orwell meiner Meinung nach Star Wars und Star Trek komplett in der Pfeife raucht. Es ist erstaunlich, ich war ja erst ein bisschen zurückhaltend, aber wenn man Episode 3 der Season 30 anschaut, dann merkt man ziemlich tolle, was die anderen eigentlich so überhaupt nicht können. Und zwar eine Geschichte erzählen, und zwar eine Geschichte spannend erzählen. Die Geschichte heißt Mortality Paradox. Und das finde ich schon an sich, das hat mich schon geflasht, weil man kennt ja das Morality Paradox, ein Moralparadoxon. Und sie haben es jetzt hier mal ein bisschen anders gemacht. Und ich werde im Laufe der Erklärung dann nochmal einen Punkt als Kritik finden. Vielleicht findet ihr ihn auch, vielleicht habt ihr die Folge schon gesehen und findet ihn auch. Also diese Stelle, wo ich der Meinung bin, das ist das Einzige, wo sie nicht konsistent sind. Aber gehen wir mal mit in die Handlung. Tala kommt vom Urlaub zurück. Und sie erzählt ihrer Chefin, wie es da war und dass sie mit ihren Eltern ein bisschen Trouble hatte. Und deswegen kommt sie ein bisschen früher zurück. Sie verteilt dann ein bisschen Schokolade auf der Brücke, weil das hat sie halt mitgebracht. Und ja, mei, die ist halt ein bisschen dichter, die Schokolade, passt schon. Es kommt, wie es kommen muss, sie am Ende des Tages, sie müssen einen Planeten erkunden, weil da ist irgendwas komisch, da ist ihnen was aufgefallen und eigentlich ist doch da nichts und dann fliegt es doch halt hin. Bis zu dem Zeitpunkt wartet man ja auch immer schon. Was wird hier passieren? Also diese Intro-Sequenz mit ich komme aus dem Urlaub zurück, kennen wir eigentlich aus vielen Serien, die eigentlich mehr so Lückenfüller sind. Hier nicht so. Das wissen wir jetzt aber noch nicht. An der Stelle fangen wir jetzt langsam an, uns dem Planeten zu nähern und jetzt wird es komisch, weil zwischendurch hat er ausgeschaut wie Industrieplanet und dann ändert sich, dann ist es plötzlich alles Wald. Also da wird man dann schon langsam aufmerksam und dann kann man so Vermutungen anstellen. Ich werde euch die ganze Folge jetzt übrigens spoilern. Und zwar, die Vermutung würde wahrscheinlich in die Richtung gehen, machen die da irgendwelche optischen Felder, also dass es nur eben für die Fernortung so aussieht. Aber irgendwie passt alles nicht. Und das finde ich das, was die Story auch vorantreibt. Man versucht immer schlauer zu sein und vorauszudenken, wie es weitergehen könnte. Klappt aber überhaupt nicht. Sie gehen dann ein paar Meter durch den Wald und stehen plötzlich vor einer großen Schule, die da hinten und vorne nicht reinpasst. Und jetzt laufen im Kopf schon die Listen, denke ich mal, bei euch. Ist das mehr so wie Doctor Who oder ist das vielleicht mehr so wie Harry Potter? Und dann schmeißen sie dir das Intro ins Gesicht. Geniales Timing, weil in dem Moment fangen die Leute natürlich nicht an abzuschalten. Und so ein Intro ist eigentlich, deswegen ist es bei vielen Serien, taucht es auch nicht mehr auf, ist so ein Punkt, wo die Leute wegschalten. Jetzt stehen sie vor der Schule und es ist strange. Sie gehen in die Schule rein und hier wirkt die Szene sehr unheimlich. Also sie haben komplett eigentlich das Genre jetzt verlassen und es wirkt, ist das eine Weltuntergangsstimmung? Rennen jetzt gleich hier die Zombies rum? Oder was passiert hier? Ist das jetzt eine Aufgabe, die sie lösen müssen? Weil ganz offensichtlich passt diese Schule nicht in den Rest rein. Und diese Einsamkeit ist es, ein schönes Stilmittel in Horrorfilmen Spannung zu erzeugen. Doch dann kommen plötzlich, dann klingelt es und dann kommen die Schüler rausgerannt. Und jetzt ist der nächste Punkt. Sind die Schüler eigentlich real? Sie betonen das auch sehr schön, diesen Übergang, indem sie mit der Kamera dann hochgehen und man sieht dann so die Szene im Überblick. Und man sieht, wie sie sich völlig unpassen, wie sie zwischen den Schülern stehen, die sich aber nicht drüber wundern, was da eigentlich für Leute um sie herum sind. Also sind die Schüler real? Sind wir wieder auch an dem Punkt? Anscheinend schon, weil Bortus von einem Mädel angesprochen wird, das ja vor ihrem Spinn steht. Also schön auch rausgearbeitet an der Stelle, das ist real. Hier findet eine Interaktion statt. Hier kann was passieren. Und es wird auch was passieren. Weil sie trennen sich, um das alles zu untersuchen. Sie haben schon festgestellt, dass sie nicht raus können aus der Schule. Weil das ist ja Standard. Man überlegt sich, wie würde man in dieser Situation reagieren? Und der Standard wäre halt, gehen wir erst mal wieder raus. Geht nicht. Okay, die Aufgabe ist damit sehr klar definiert. Gordon wird dann von ein paar Halbstarken geschnappt, verprügelt und er soll endlich mal Schutzgeldzahlungen leisten. Das nächste, was sich jetzt im Kopf abspielt, okay, das könnte jetzt eine dieser typischen Aufgabenfolgen sein. Wir wurden von irgendjemand entführt und wir müssen hier in irgendeinem Holodeck irgendeine Aufgabe lösen. Ja, wie geht's weiter? Man denkt ja auch an der Stelle wieder, was würde ich in dieser Situation tun? Naja, selbst bei Rebell heißt es dann im Englischen. Normalerweise, Schule ist aus, es passt schon. Sie gehen über den Platz und da ist Randall, der den Schutzgeldzahlungen entgegennehmen sollte. Und da haben schon alle gesagt, ui, dem solltest du zahlen. Es stellt sich dann raus, dass Randall ein Alien, also ein ziemliches Urvieh ist. Also wirklich komplettes Albtraumtier. Und die logische Konsequenz ist eigentlich, ah, das ist die Aufgabe. Oder wie in einer Doctor Who Folge wäre das das Problem. Der passt hier nicht rein, der muss hier weg. Der schnappt sich dann Gordon, das war er vorauszusehen. Und Schlüsselszene hier ist, die man aber da nicht einordnen kann, dass seine Augen, also Gordons Augen, kurz gefrieren. Und eigentlich hat er überhaupt keine Chance, weil der Randall, der hat ihn schon ziemlich im Würgegriff. Aber Taller schnappt sich, reißt ein Stück von der Bank runter und benutzt es als Schwert und bringt damit Randall um. Ja, oder bringt ihn um, stimmt das nicht ganz. Also er wird auf jeden Fall so aufgehalten, dass sie weiter fliehen können. Da war jetzt mein nächster Gedanke. Ah, man muss die Feinde mit Bordmitteln erledigen, weil Phaser, Laser, was ja auch immer, was für Kanonen sie haben, die bringen eben in dieser Welt nichts. Eigentlich schön rausgearbeitet. Und kaum sind sie dann weitergerannt, kommen sie auch plötzlich in einem Flugzeug raus. Da es viele Filme gibt in letzter Zeit, die eben mit solchen Szenarien in Flugzeugen spielen, läuft da auch schon so eine Liste durch. Was können sie denn, Designer, Final Destination, keine Ahnung. Das Flugzeug bewegt sich immer heftiger in Gewittern und sie werden auch gebeten, die Plätze einzunehmen. Das sind auch Plätze, also auch hier wie in der Schule. Für alle ist es klar, dass die dahin gehören. Also es ist eigentlich auch klar, dass wir in einer künstlichen Welt, irgendwie künstlichen Welt leben müssen, die irgendjemand erzeugt hat. Weil es würde ja jeder fragen, wo kommt es denn hier her, was seid es denn für welche? Ihnen fällt dann schon auf, dass hier was nicht passt und sie wollen dann ins Cockpit, weil es passt hier dann vorne nicht. Sie reißen die Cockpit-Türen auf. Auch hier das typische Albtraum-Szenario. Das Cockpit ist leer. Eieieiei, das ist blöd. Natürlich hocken sie sich hin und sie kennen sich ja aus mit Flugzeugen. Es kommt, wie es kommen muss. Im Prinzip sind sie jetzt beim Abstürzen. Treibstoff ist auch alle. Und man sieht dann an dem Moment, dass im Käpt'n seine Augen kurz eingefrieren. Jetzt wird es aber langsam suspekt. Sie schaffen die Notlandung so einigermaßen und landen in einer roten Kammer. Die Kammer erinnert ein bisschen an Cube vom Setup her. Und das ist, glaube ich, auch mit Absicht so gewählt. Weil was passiert denn hier eigentlich? Sind das Aufgaben, die gelöst werden sollen? Ist das eine Art Escape Room? Escape Spiel? Auch da gibt es ja die gleichnamige Serie. Und auch mit der spielen sie sehr schön. Bis zu diesem Zeitpunkt ist man eigentlich nie zum Durchatmen gekommen. Die Handlung geht immer schön vorwärts. Und man weiß aber auch nie, es ist nicht voraussehbar, was passieren wird. Also jedenfalls nicht für mich. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, dass ihr das gerafft habt an dieser Stelle. Die rote Kammer führt dann in einen Saal und man merkt, dass das, also man wird aufgeklärt, eben von Bortus, dass es eine Leichenhalle ist. Klar, also Leichenhallen mit solchen, ja, was sind das Sarkophage? Auch das ist schon an sich ein Albtraum. Und es kam, wie es kommen musste. Thala findet ein Panel, bei dem man draufdrücken kann. Sie drückt drauf und diese Sarkophage beginnen sich zu öffnen. Und jetzt haben wir wieder alle Möglichkeiten, die es gab bisher. Also das geht sonst zu alten Vampirfilmen und so weiter zurück, bis zu die Mumie läuft dann in meinem Kopf alles ab, was hier passieren könnte. Eigentlich ist es ja eine falsche Fährte, aber dazu kommen wir erst später, weil Thala drückt ja diesen Knopf. Naja, was wir jetzt hier sehen, ist mehr so der Friedhof der Kuschelmoklaner, weil die werden wohl lebendig. Und einer von denen schnappt sich Bortus und würgt ihn. Mitten im Wirken werden seine Augen kurzglasig und dann wird er von Kelly gerettet. Das ist kein Escape Room. Das ist eigentlich ziemlich klar an der Stelle, weil sie nicht wirklich immer zielgerichtet Aufgaben lösen, weil sie stolpern in irgendwas rein und dann rennen sie halt einfach wieder raus. Und das machen sie jetzt hier auch und es geht eine Treppe runter. Das ist so für mich auch die typische Horrortreppe, weil es heißt ja eigentlich in jedem guten Horrorfilm, macht diese Tür nicht auf und die führen natürlich meistens nach unten und man sieht dann irgendwelche Treppen, wo es gar nicht gut wird, wenn man da hinwandert. Und dann sind sie in einem, ich sag mal, Tal zwischen Bergen und sehen einen großen See. Hier wird übrigens mein zweiter minimaler Logikfehler dann sein. Und zwar auf der einen Seite fängt jetzt Taler an, ah, da ist ja ein Boot und auf der anderen Seite sehen sie ja da ein Lichtsignal. Also klar, sie müssen mit dem Boot darüber, aber die Kelly sagt zum Käpt'n, geh, du gehst da lieber nicht mit, weil du hast das ja das Hirn vorhin angekaut. Aber dann sagt der Käpt'n, ja, dann ist es halt so, geh, wenn du dich so sagst, um des lieben Friedens willen wahrscheinlich. Als sie dann so ein bisschen vor sich rumschippern, werden sie natürlich von einem See ungeheuer geschnappt. Ab dem Moment sind wir wieder ein bisschen im vorausberechenbaren Bereich, weil was soll denn jetzt hier passieren? Gut, je nachdem. Kelly wird geschnappt und Taler rettet sie dann unter Wasser und Kellys Augen frieren natürlich dann kurz ein. Das Ganze, das nervt sie jetzt langsam, man merkt es auch richtig, als sie dann wieder an Land sind, überlegen sie, was sie eigentlich tun sollen. Und dann bildet sich auch schon langsam so ein Portal mittendrin, also da gibt man sich auch gar keine Mühe mehr, also von dem Spielbetreiber, das Ganze jetzt hier zu tarnen. Aber das Portal, das nehmen sie nicht. Auch das ist ja so ein Punkt, wo man sich immer wieder in vielen Filmen denkt, warum machen die das Spiel mit und unterbrechen dann nicht an irgendeiner Stelle? Und der Cap sagt, na, da gehen wir nicht mehr, wir latschen jetzt irgendwo anders hin. Und während sie dann so gemütlich rumlatschen, finden sie dann eine Energiequelle und am Ende des Tages einen holographischen Projektor. Und jetzt wird so einiges klar. Als sie ihn zerstören, landen sie in der Wüste und können mit der Orville Kontakt aufnehmen. In der Orville wird dann dieses Technologie-Artefakt, das sie zerstört haben, untersucht. Und sie sagen, aha, das ist ein K-Lon-Gerät. Und da ist mir auch übrigens aufgefallen, dass sie ein bisschen angeben, als sie mit der Kamera so rumfahren, dass man auch sieht, dass es eine echte Kulisse ist. Auch im Hintergrund, die Leute, die da stehen, die bedienen Panels, da verändert sich auf den Panels was und es tut sich was. Das fiese hier ist jetzt, und das mochte ich, wenn man nicht auf die Zeit schaut, die schon abgelaufen ist und die noch abzulaufen ist, dann könnte man jetzt denken, okay, das war jetzt das Maximum der Folge, sie sind dem Ganzen entkommen, was wird jetzt passieren? Ja, sie analysieren das natürlich, dann sagen sie in der Zentrale Bescheid. Aha, okay, da könnte uns noch eine Gefahr von denen drohen, weil die können uns ja so beeinflussen, dass wir bestimmte Dinge sehen und sie können also keinen Geist und Materie beeinflussen und so weiter und so weiter. Und naja, gut, ich dachte dann, das wird jetzt der Aufbau einer größeren Story, wie die Vorstellung der Borg. Aber wait, there is more. Dann sind da so ein paar Schiffe im Anmarsch und der Moment ist sehr gut gewählt und auch sehr gut inszeniert, weil bis auf Isaac sind sich alle einig, wem die Schiffe gehören. Isaac sagt eben, das sind Feinde und die anderen sagen, das sind unsere Freunde. Ja, aber ihr seid ja manipuliert. Ui. Das ganze gerät dann komplett außer Kontrolle, weil es sind nachher Feinde und es gibt eine Riesenschießerei und es ist echt sehr brenzlig. Der Zuschauer kriegt einen hin dann, weil kurz bevor es extrem brenzlig wird, wird auf die Brücke umgeblendet, aber man sieht eine andere Brücke und da sind der Käpt'n und seine Crew gar nicht, sondern da sind die, die sie zurückgelassen haben und das ist alles okay. Und dann, wow, also das ist so ein Wendepunkt in dem ganzen, upsie, also es ist doch irre, also es sind im Prinzip auf einer Art Holodeck, also das war jetzt so mein Gedanke. Und alles, was um sie rumläuft, ist nicht echt. Und an dem Punkt eben der maximalen Spannung, wenn das feindliche Raumschiff mit der Orville kollidieren will und das Ganze auch nicht mehr ausweichlich ist, gibt es wieder diesen Einfriereffekt, aber diesmal scheint er alle zu beinhalten. Und kurz danach gibt es eine andere Art von Einfrierei, nämlich der ganze Rest der Mannschaft bleibt eingefroren, bis auf eben die Truppe, die auf dem Planeten war. Thaler gibt sich dann zu erkennen, als sie ist gar nicht Thaler. Und wir haben auch zwischendurch mal während der Umblendung, wo ich gesagt habe, wir werden auf die andere Brücke umgeblendet, hat man erfahren, dass Thaler ihre Ankunft angedeutet hat. Also, das war sie eigentlich nie. Sie hat während der ganzen Zeit quasi nicht die echte Thaler, sondern eine andere. Da kommen wir auch gleich drauf. Und jetzt macht auch die Anfangssequenz Sinn. Warum die Anfangssequenz überhaupt da war, wo sie vorgestellt wurde, dass sie etwas früher erscheint. Gefällt mir sehr gut. Was ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, ist die Schokoladensequenz, weil die für mich, ich habe es jetzt ein paar Mal angeschaut und ein bisschen rumgegoogelt, ich weiß nicht, warum die da war. Ich habe kurz überlegt, ob die den vielleicht in die Schokolade, weil alle, die auf das Außentheer mitgehen, haben die Schokolade gegessen, irgendwelche Drogen rein, aber finde ich, ist nur eine waghalsigste Theorie. Die Wasser- und Schiffsszene dagegen hat für mich eigentlich diesen Fehler, dass Kelly den Käpt'n zurücklässt. Weil wenn nämlich Kelly zurückgeblieben wäre, dann wäre es mich die Einzige gewesen, der noch nicht geflischt worden wäre. Also hätte er eigentlich Thaler dafür sorgen müssen, dass zumindest Kelly in diesem Boot sein muss. Und warum eigentlich? Naja, die Folge habt ihr vielleicht gesehen. Der Gag bei der ganzen Geschichte ist, dass, und jetzt bringe ich es wieder auf eine etwas einfachere Sprache, ihr wisst ja, ich möchte es mal ein bisschen einfacher ausdrücken. Im Prinzip haben sie gerade Q gefunden. Nicht Kelly Thaler ist eigentlich ein unendlich lebendes, unsterbliches Wesen. Da gibt es jetzt noch eine Backstory, wo die herkommen, weil im Prinzip Kelly die miterzeugt hat. Spielt jetzt hier für mich für den Spannungsaufbau keine Rolle. Aber wir sind jetzt irgendwo im Bereich Minute 55 und so weiter. Und man hat immer noch nicht alles erfahren. Und jetzt erst wird es klar, weil es steht ja im Raum erstmal, wie wird das Problem gelöst? Wir brauchen uns, ich sage immer, als erstes müssen die Helden sympathisch oder wenigstens mal nachvollziehbare Handlungen verbringen. Dann, wie wird das Problem gelöst, wenn wir wissen, wo es hin soll? Hier in dem Fall ist es einfach. Sie wollen wieder raus aus diesem Irrgarten der Logik. Das ist so im Prinzip der grundsätzliche Handlungsfaden, der hier abläuft. Und dann ist natürlich die nächste Frage, warum? Und bei dem Warum haben wir es inzwischen halt auch langsam satt, dass irgendein Psychopath am Ende steht, der einfach sagt, weil ich es kann, weil ich das schweigende Lämmer gesehen habe. Da ist er mit durch. Und hier ist es halt so, dieses unendlich lebende Wesen will wissen, wie es ist, dem Tod ins Angesicht zu gucken. Und das fand ich eine durchaus logisch, durchaus gute Folge. Eine Folge, die eigentlich die beste Einführung von Q hätte sein können. Das ist eine Folge, die Next Generation Farpoint Station in den Schatten stellt. Eine Folge, wie man eine Intelligenz vorstellen kann, die leider nicht zu humoristisch angelegt ist. Das hätte mir noch gefehlt. Die ist mehr so als Lichtwesen angelegt. Und damit sind wir dann ungefähr bei Minute 57, wo wir wissen, was passiert ist. Warum? Bis auf eben diese minzig kleinen, und was ich sagen würde, spielt keine Rolle. Die Folge ist bis zu diesem Zeitpunkt komplett spannend. Sie lässt, also mich hat sie nicht losgelassen. Vor allem, weil ich auch immer wieder erstaunt wurde, was passieren könnte. Und weil keine riesen Schnitzer drin sind. Da ist kein Obi-Wan Kenobi, der irgendwie eine, ja, hinter den Ohren noch grüne Göhre braucht, die in irgendwelchen Drähten rumfummelt, um irgendetwas zu reparieren. Oder irgendeine andere Dame, die zwar eine Tür mit irgendwelchen Schüssen durch irgendwelche Stormtroopers nicht aufkriegt, aber dann plötzlich spontan das Laserschwert nimmt und die Tür dann einfach mal so im Alleingang öffnet. Nein, es ist sehr... Don't get me started. Das ist hier alles nicht notwendig. Das funktioniert. Hier wird eine Spannung aufgebaut mit Figuren, die man kennt. Das würde auch in einer anderen Konstellation funktionieren. Und sie war auch gegenüber der ersten Episode, die ich ja nicht so ganz mochte und auch immer noch der Meinung bin, dass die, das ist in drei Episode 1, mein Video Review findet, der auf dem Kanal, finde ich auch immer nicht gut. Man kann sich gut daran gewöhnen, dass die Aufwahl jetzt einen ernsten Ton hat. Passt. Und sie geben dem Ganzen halt immer so ein kleines Augenzwinkern, das finde ich auch in dieser Endsequenz schön, wo sie dann ein bisschen über, noch ein bisschen rumfaseln und es darum geht, dass der Mörser eigentlich sagt, ja, ich würde eigentlich schon unendlich leben, weil ich möchte sehen, was passiert. I want to see what happens. Und damit schließt sich der Kreis eigentlich zu allem. to boldly go when no one has gone before. Man hat eben eine gewisse Neugier. Man will wissen, was da draußen passiert. Und die Folge ist für mich komplett abgeschlossen. Sie lässt nichts offen. Im Prinzip gibt es keine Kritik von mir an dem, was da passiert. Und ich war so befriedigt, wie schon lange nicht mehr über irgendeine Science-Fiction-Serie. Man hat übrigens auch den Kern einer Science-Fiction-Serie versucht zu realisieren. Da geht es nämlich nicht drum. Also jedenfalls, so wie ich Science-Fiction sehe, und hier dürft ihr mir auch gern widersprechen, wenn ihr das anders seht. Für mich ist darf nicht oder sollte nicht der Kern jeder Folge sein. Wer mit wem und wer sich gerade überlegt, welches Geschlechtsamten, ihr wisst das. Also das, was jetzt gerade in Star Trek zwischendurch unerträglich wurde, was jetzt wieder ein bisschen besser wird, aber gerade dabei ist, die Kurve wieder in die falsche Richtung. Also man merkt richtig, wie sie es versuchen. Ich weiß nicht, was die da machen gerade. Sie kriegen es, jetzt müssen wir kurz abbiegen zu Strange New Worlds, weil ich muss ja auch irgendwie, was dann sagt ihr, es ist Clickbait, diesen Gesamtzusammenhang herstellen. In Strange New Worlds bin ich immer noch ganz zufrieden. Ich sage immer, gut bis befriedigend. Aber man merkt schon wieder, dass es viele Szenen gibt, die auch im Nachhinein nicht wichtig waren, außer man will bestimmte Leute aufgrund ihrer, was weiß ich, jetzt komme ich wieder in ein schwieriges Gewässer, aufgrund ihrer Hautfarbe, sexueller Neigung oder sonstiger Neigung, brauchen die jetzt hier eine Szene, wo irgendwas betont werden will. Und das geht mir auf die Eier langsam. Und das war jetzt auch gerade wieder so in Strange New Worlds zu erkennen, dass es in diese Richtung geht. Ich hoffe, wir sind soweit wieder synchron. Ich hoffe, einige von euch sind jetzt auch wieder ganz happy, weil sie nicht mit allen meinen Kritiken zufrieden waren. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann ist es halt so. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Filmnörgeleitern. Servus.